Musik Ihr sucht einen Ausbildungsplatz mit besten Berufsaussichten und viel Abwechslung? Unsere MTA-Schule am Klinikum Frankfurt Höchst bietet genau das. MTA, das sind die medizinisch-technischen Assistenten. Ihr könnt zwischen zwei verschiedenen Ausbildungsrichtungen wählen. Radiologie und Labor. Musik So helft ihr, Krankheiten rechtzeitig zu entdecken. Musik Wir kümmern uns um das Vermögen des Kunden in jeglicher Individualität mit einer Unabhängigkeit, die man eben bei Banken nicht bekommen kann. Wir ermitteln zunächst die Bedürfnisse des Kunden, das heißt, wo er seine finanziellen Ziele sieht, um dann maßgeschneidert für ihn Lösungen für sein Vermögen zu erarbeiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020